Hallo, herzlich willkommen! Wir haben uns heute nicht aufgesprochen, wer die Anmod macht. Ich dachte mir so, beim letzten Mal hast du ja nur die Anmod gemacht, dann kann der Dizzy das jetzt machen, ist ja gar kein Problem. Ich mach die Anmod einfach zweimal hintereinander. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Da war's was. Da war's was. Das war fast da bei Generation Z. Heute wieder am Montag... Mittag? Muss ich mal Mittag? Ist es Mittag? Ja. Ja, aber für uns Sonntagfrüh. Außer für die ganz Gewieften, die den Audio-Podcast campen, weil der kommt ganz heimlich, immer klangheimlich nachts raus. Damit die Spotify-Folge morgens da ist. Jawoll. Ja, schön. Also für die ganz Sneakigen da draußen, die richtigen Hardcore-Sneaker, die hören das mitten in der Nacht. Sneaking. Jetzt sag mal, wie geht's dir denn? Mir geht's supi, danke der Nachfrage. Ja. Ein sehr bewegendes Leben, aber mir geht's echt gut, danke. Wie geht's dir? Wie war mein Urlaub? Mein Urlaub war geil. Schön. Ja. Es ist witzig, dass wir nach einer dreiviertel Stunde Vorgespräch so tun, als hätten wir uns heute noch nicht gesprochen. Dreiviertel Stunde? Was? Ne, 8.30 Uhr. Ne, anderthalb Stunden. Ach so anderthalb Stunden sogar. Anderthalb Stunden, das ist halt das. Naja, also ihr müsst jetzt bedenken, wir haben jetzt gerade schon 90 Minuten gesprochen über sehr heiße Themen. Und deswegen ist das immer so lustig, wenn man jetzt so, ach ja, hallo. Ja, schön, dich zu hören. Wie geht's dir denn? Aber man eigentlich weiß, wie es dem anderen schon geht. Aber für den Podcast muss man ja so tun, als ob. Ja, aber... Ja, ne, also ich hatte einen schönen Urlaub. Der spontanen Urlaub war schön. Rückflug waren wir übrigens drei Stunden vor Abflug am Flughafen. Schön, Jen. Also das... Ja, ne, weil du hast ja gesagt, boah, ihr seid ja zwei Stunden vor Abflug nach Griechenland am Flughafen. Auf dem Rückflug, dann waren wir drei Stunden vorher am Flughafen. Ja. Weil Toro war der Meinung, wir müssen alles, wir müssen noch und wir müssen ein Auto abgeben. Und ich so, ne, du musst den Schlüssel einfach nur in die Box droppen. Ne, die wollen bestimmt direkt gucken, wie das ist, ob das Auto jetzt Schäden hat. Ne, wir sind dahin, die hat noch nicht mehr offen und einfach in die Box rein. Ja, so macht man das eigentlich. Ja. Naja, aber er war sehr, ne, aber vielleicht klappt das nicht und das nicht und ach. Es ist immer gut, so einen Menschen im Freundeskreis zu haben. Er war... Better safe than sorry. Aber das ist bei uns sehr umgekehrt. Bei uns zu Hause ist es so, dass ich eher so, oh mein Gott, das, das, das und er so, mhm. Und im Urlaub eher das, das, das und ich so, mhm. Mh, ja. Ja, aber ist so gut, dann ergänzt ihr euch doch prima. Ja, das stimmt. Siehste? Ja. 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 Ich war, äh, ich war positiv neidisch. Meine Kamera auch. Sie stand am Fenster immer, all by myself. Ja. Ja. Und ich bin immer wieder fasziniert, das Teil kostet 320 Euro oder so. Das macht so krasse Aufnahmen. Ja. Für so ein kleines Pupsding, da haben wir halt größtenteils das genutzt. Das sieht trotzdem alles wahnsinnig schön aus. Weißt du, eine Sache, die ich von Casey Neistat gelernt habe. Ja. Man muss, äh, man muss, äh, nee, warte mal. Die Kamera, die man dabei hat für den Moment, ist das wichtigste Stück, um die Story zu erzählen. Welche Qualität die ausspuckt, ist egal, weil es geht um die Geschichte. Ja. Das heißt, wenn du zum Beispiel nur ein iPhone hättest. Ja. Willst du auch ein iPhone tun. Ja, das stimmt auch wieder. Und den Zuschauer interessiert das nicht, weil den Zuschauer interessiert die Story, wenn die Story gut ist. Wenn du nichts zu sagen hast, ist die Qualität wichtig. Okay, das stimmt. Ja, ich hatte das auch oft. Da waren ganz oft so spontane Momente. Und ich hatte halt nur die große Kamera dabei. Zum Beispiel Moment 1, ich hab meinen Sonnenhut auf einmal. Wir waren auf so einem schönen Steg und es war voll schön mit Blumen und so. Kommt so ein Wind und mein Hut fliegt ins Wasser, ins Meer. Und ich so, nein. Und Tau, ich hol dir den Hut jetzt da raus. Und ich so, die dicke Kamera, los, hol den Hut raus. Und das war so wackelig und so. Aber er hat den Hut rausgeholt. Ich hab's gefilmt. Ich bin sehr stolz darauf. Stark. Der ist ins Wasser gegangen dafür. Tja, es ist richtiger Romantiker. Das, ja. Richtig Romantiker. Ja, spontan, aber nur spontane Romantik. Also geplante Romantik ist trotzdem süß, der Aufwand und alles. Ich schätze das sehr wert. Ja. Aber die spontane Romantik, manchmal droppt dir so Sätze raus. Da guck ich den an. Was hast du gesagt? Das ist doch schön. Ja, schön. Schön. Aber Romantik, Dizzy. Wir reden ja sehr oft. Und mal so offen rausgesprochen, wenn ich so an die ersten Folgen zurückdenke, wo ich mich, ich rede jetzt mal von mir und bestimmt auch für viele andere, die aktiv zuhören, hast du ja immer so Sachen gedroppt, dass dir ganz vieles egal ist und du so abgebrüht bist etc. Und ich habe immer gesagt, hä, wie geht das denn? Ich verstehe das nicht. Und ganz viele haben das auch nicht verstanden. Und gesagt, nee, das glaube ich dem Dizzy nicht, dass er so denkt. Aber jetzt so im Laufe, ich weiß nicht, wie viele Folgen wir jetzt gemacht haben, 20 oder so oder keine Ahnung. Und hängen ja auch immer viele Vorgespräche dazwischen über mehrere Stunden. Bin ich jetzt an einem Punkt angekommen mittlerweile, wo ich sage, ich kann das alles zu 120 Prozent nachvollziehen, deine komplette Denkweise. Und ich kann auch nachvollziehen für die Leute, die dich nicht im Hintergrund kennen und die ganzen Ereignisse, dass die sagen, ich verstehe nicht, warum der so ist. Und du erzählst mir sehr viel aus deinem Datingleben, wo ich sehr viele Sachen nachvollziehen kann und was ich auch teilweise als sehr krass empfinde, wo du sagst, boah, ich empfinde das eigentlich gar nicht als so krass, mir ist das eigentlich egal. Und ich würde gerne auf ein Klischee eingehen, explizit auf, alle Männer sind Arschlöcher. Also ich mache das jetzt mit Absicht so drastisch und sage auch alle Männer, weil das, viele sagen das einfach immer so, boah, alle Männer sind Arschlöcher. Und du klingst oberflächlich auch wie ein Arschloch, um das mal so auszudrücken. Und du hast mir gesagt, wenn ich jetzt auf das Thema eingehe, du gehst jetzt nur so auf Fragen ein und, ne, also du wirst nicht viel von dir selbst erzählen. Wie viele Frauen hast du schon in deinen, wie viele Jahren? 37. 37, bald 37 Jahren gedatet. 30, 40. Was fällst du so? Also wo sagst du, was ist, was ist ein Date? So ist das auch so einfach nur so Sex oder ist das kein Date? Ne, also ich rede nicht von Sex, sondern wirklich Daten. Ausgehen, sprechen, sich kennenlernen. Ja. Okay, und wie viel würdest du sagen, waren von denen, wo du sagst, in deinem Level gut? Sind gut verlaufen, waren toll. Also wo danach auch was draus wurde? Ja. Drei, vier. Und wo, was würdest du sagen, was ist denn für dich überhaupt, wo du sagst, das ist für mich ein gutes Date, also wo differenzierst du? Ähm, wo Gespräche stattfinden, die nicht stillstehen und man, der eine dem anderen was aus der Nase ziehen muss und man einfach so eine Connection miteinander, ganz viel miteinander quatschen kann. Ganz viel. Und wenn du merkst, dass so, dass die Connection nicht da ist, was macht man da? Gehen. Einfach gehen? Ich rede nicht von Ghosten, sondern gehen. Einfach sagen, hey, das passt nicht, äh, tschüss. Hast du das auch gemacht? Ja. Haben das auch mal andere gemacht? Nee. Da bin ich geghostet. Kannst du mal die Leute, die nicht wissen, was Ghosten ist, erzählen, was Ghosten ist? Sich treffen und danach einfach sich nicht wieder melden. Also auch nicht auf mehrmaliges Nachfragen oder auf Nachfragen sich nicht mehr melden. Einfach weg sein. Wie oft wurdest du geghostet? Unzählige Male. Auch von Frauen, die du jetzt auch so nur online... Ja. Es ist meistens so, ne? Also ich finde das auch, ich finde das so schrecklich. Ich finde das so respektlos. So dieses, man, ich glaube, man schreibt immer viel miteinander und alles und dann irgendwann kommt einfach gar nichts mehr. Genau. Und man öffnet sich und so und dann ist nichts mehr da. Genau. Dann war meistens noch eine weitere Option da, die interessanter war in dem Moment. In den meisten Fällen. Das muss ich mal erlegen, wie ich die Fragen stelle. Das ist ja auch für mich hier ganz... Also in den meisten Fällen ist jemand anderes da, der interessanter war, ja. Das gilt übrigens für beide Geschlechter, sowohl Männlein als auch Weiblein. Aber woher rührt das? Was? Naja, so... Das ist, also es fühlt sich so an, wenn du das halt so jetzt so sagst, ja man wurde ersetzt. Das ist doch, es ist so, wie fühlt sich das für dich an? Mir ist das egal. War dir das schon immer egal? Ne. Am Anfang nicht? Ne. Mir ist das egal. Mir ist das wirklich egal. Wenn du dich nicht melden willst, dann meld dich nicht. Ist nicht mein Bier so. Mach was du willst. Und oberflächlich gedacht, warum denkst du, dass die meisten Frauen sagen würden, dass du wie ein Arschloch klingst? Weil mir viele Dinge egal sind. Und ich wirklich knallhart bin, was das angeht. Ja. Und das juckt mich halt echt. Ich hab wirklich, und das kann ich hier offiziell sagen, ich hab eine einzige Frage, Frau in meinem Leben gehabt, die heute noch in meinem Kopf ist. Eine. Alle anderen sind weg. Aber warum? Also warum ist gerade sie im Kopf? Weil das meine erste große Liebe war, so. Ja. Also ich hab die anderen in Erinnerung, aber die kommen nicht hoch. Die sind einfach in so einer Schachtellinie irgendwo. Aber ist das dann nicht schwer, allgemein in Dates reinzugehen, wenn sie immer so im Kopf ist? Ne. So präsent ist es nicht. Also es ist nicht so präsent, dass du es permanent im Kopf hast. Aber vergleicht man dann viel? Ne. Ich vergleiche nicht. Ich wurde so oft in meinem Leben verglichen, ich vergleiche nicht mehr. Hat auch keinen Sinn, weil jeder Mensch ist auf seine eigene Art und Weise der, der er ist. Ja. Und wenn du anfängst zu vergleichen, machst du dir den Menschen, den du eigentlich kennenlernen möchtest, madig. Also wenn jedes Anzeichen irgendetwas triggert aus deiner Vergangenheit und du genau das siehst bei demjenigen, den du datest, hast du eh schon verloren, weil derjenige gegenüber nie eine Chance haben würde. Sprich, wenn du auf ein Date gehen würdest und deine Vergangenheit, also deine Vergangenheit, über die wir schon gesprochen haben, würde jedes Mal aufpoppen, hat der Gegenüber nie eine Chance. Und das kannst du selber auch übrigens gerade beantworten, dass das so ist. Ja. Und du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ja. Jetzt muss ich überlegen, wie stelle ich die Fragen am besten? Ah. Ich werde heute öfter mal kleine Holperer an Lücken drin haben, weil ich... Ja, ich muss nachdenken. Das ist okay. Ja, okay. Ich fülle diese Lücken. Okay. Ich fülle diese Lücken mit Gesprächen dann. Ist das denn okay, wenn ich jetzt so fragen würde, erzähl mal von allem, wo du sagst, es war das schrecklichste Date, was du hattest? Also ich hatte mal, ich habe mal eine Frau gedatet über mehrere Wochen. Ja. Und habe wirklich versucht, in meinem Tag so viel Zeit wie möglich dafür aufzubringen, weil ich das in meiner Vergangenheit auch nicht wirklich getan habe. weil, also in der, so zwischen, ich glaube, 27 und 32 war ich sehr getroffen als Mann. Und bin sehr in meiner Arbeit verschwunden und war noch nicht bereit, also mein Kopf war noch nicht reif genug für was Erwachsenes. Und ich habe aus einer ganz langen Trennung, habe ich gelernt, also von einer langen Beziehung und einer Trennung, dass das so nicht funktionieren kann. Also du musst halt, du musst halt Zeit aufbringen, um dem anderen die Sicherheit zu geben. Also man nennt das ja Reinsurance, also dass der weiß, dass du Bock auf den hast. Und da habe ich eine Frau gedatet und wir haben uns viel gesehen und haben uns auch gut unterhalten. Und irgendwann stellte sich raus, so zwischen Tür und Angel, dass die Frau noch mit ihrem Ex zusammen lebte. Und ich quasi ein Lückenfüller war. Und genau in diesem Moment hat sich bei mir ein Verhalten gefestigt. Wenn du keinen Bock auf mich hast, dann geh. Ich bin weg. Und sobald ich das merke und ich merke das sehr, sehr gut, bin ich weg. Dann habe ich in deinem Leben nichts zu suchen. Also sobald es sich für mich anfühlt, als wenn ich einfach nur jemand bin, den du gerade benutzen kannst, um deinen Void oder deine Leere zu füllen, bin ich weg, der bin ich nicht. Dann interessieren mich deine Probleme nicht, dann interessiert mich nicht, wie scheiße dein Leben ist. I don't give a fuck, ich bin weg, tschüss. Und das war ein sehr katastrophales Date, weil es war eine sehr liebe Frau und die war sehr sympathisch, sehr, sehr fleißig. Aber dann hast du in meinem Leben nichts zu suchen. Und ich nicht in deinem. Und das war wirklich genau in dem Moment, als ich das rausgefunden habe, und das war sogar persönlich, bin ich in mein Auto gestiegen und habe nie wieder mit ihr gesprochen. Sie hatte kein Telefon, also ihre Telefonnummer war weg. Bei mir ist das ja so, dafür werde ich ja auch mal belächelt. Nach einer Trennung bist du komplett verschwunden aus meinem Leben. Es gibt keine Chats von dir, es gibt keine physischen Artikel in irgendwelcher Form Geschenke, Chatverläufe, Telefonverläufe, Telefonnummer, du bist verschwunden. Du findest nicht mehr statt. Und diesen Raum wirst du nie wieder einnehmen können. Außer, du hast das Einzige, du stehst vor meiner Haustür und zeigst mir, dass du das, was du da gemacht hast, verarbeitet hast und das in deiner Rübe angekommen ist. Ansonsten findest du nie wieder in meinem Leben statt. Du kannst mir schreiben, dass du mich vermisst, du kannst mir alles mögliche, hohle Phrasen kannst du mir schreiben, und du findest nicht mehr statt. Also würdest du sagen, trotzdem besteht die Chance, dass der Mensch in deinem Leben doch wieder da ist, irgendwann? Für vielleicht ein oder zwei Menschen auf dieser Welt gilt das. Ansonsten nicht, nee. Okay, ja, da an sich war ich nämlich auch immer mit dem direkt alles wegmachen und löschen und so. Dann hieß es aber immer so, ja, aber damit verleugnest du ja einfach Zeit, die ihr miteinander verbracht habt. Nee, machst du nicht. Nee, machst du nicht. Damit schützt du dich selber vor Triggern. Weil wir setzen den Fall, du bist unsterblich in jemanden verliebt. Und du hast wirklich, das war die Liebe deines Lebens. Und die andere Seite kann das nicht erwidern. Was ja völlig fein ist. Man lebt sich auseinander, man findet nicht mehr zueinander. Und alles, was dieser Mensch in deinem Leben dargestellt hat, hat sich in deinem Gehirn unterbewusst eingebrannt. Alles. Jegliche Tätigkeiten. Und sei es nur Frühstück essen. Was ganz Spezielles. Sei es ein Bild, sei es eine Chatnachricht oder was auch immer. Du leugnest das nicht. Du nimmst nur Abstand, um dich selber wieder neu zu entwickeln. Ja. Und wenn ständig irgendwelche Chatnachrichten reinkommen oder irgendwelche Telefonnummern, du tust dir jedes Mal selber weh. Jedes Mal. Hattest du das schon? Ja. Und dann war er Blocken angesagt. Also ich gehe so weit und sage, hey, mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, kannst du mich bitte in Ruhe lassen? Ja. Lebe dein Leben, aber lass mich bitte in Ruhe. Wenn derjenige diese Grenze nicht akzeptieren kann, ist er weg. Und zwar hast du keine Möglichkeit mehr. Also dann ist wirklich Feierabend. Ja. Weil du musst Menschen den Raum und den Platz geben, ihre Sachen zu verarbeiten. Also eine Trennung musst du verarbeiten. Die kannst du natürlich während der Beziehung schon verarbeiten. Aber, also du kannst sie während der Beziehung verarbeiten, du kannst sie in der Trennung verarbeiten. Du musst sie aber verarbeiten. Und verarbeiten heißt, dass egal was du siehst, dass nicht ständig dieser Mensch in deinem Leben aufpopft. Mhm. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Rat. Weil ich glaube, es gibt einige, die machen das halt nicht. Kann auch funktionieren. Geht auch. Also ich kann mich meistens auch gleich sofort wieder in was Neues reinschmeißen. Dann war es aber nicht das Richtige. Und die Erkenntnis, die Erkenntnis habe ich selber auch schon gehabt. Wenn du, wenn du dich von jetzt auf gleich in was Neues reinschmeißen kannst, war der Rest nicht geil. Der war einfach nicht gut. Weil wenn es gut war, dann, also was heißt gut, wenn da wirklich was im Spiel war, dann wirst du das nicht einfach so los. Ja. Und was ist, also, könntest du dann mit, könntest du mit einem Ex-Partner, mit einer Ex-Partnerin intensiv befreundet sein? Oder zum Freundeskreis? Nein. Was ist mit den Leuten, die das können? Warum, warum können die das? Weiß ich nicht, warum sie das nicht können. Und das möchte ich mir auch nicht anmaßen, zu sagen, warum sie es können. Aber vielleicht sind es Verlustängste. Aber wenn du, also ich persönlich, du hast als Ex-Freundin in meinem Leben nichts zu suchen. Das war mal ein Kapitel. Und dieses Kapitel würde ich aufgewählen. Ich habe noch zu meiner Katzenmutti, so nenne ich sie immer gerne, habe ich Kontakt. Und das ist auch freundlich und höflich. Aber im Leben stattfinden ist da auch nicht mehr. Okay. Und befreundet sein bedeutet ja, du telefonierst sehr viel miteinander. Ja. Nee. Ähm, was meinst du, warum man über die Zeit so abstumpft? Weil ich würde dich ja schon als ziemlich abgestumpft. Danke für das Komplett. In der Hinsicht. Also nicht in allen Dingen. Aber ich würde dich schon in dem Bereich als abgestumpft eindingsen. Weil du hast ja, also ich weiß das ja, du hast ja ganz viele Muster, die sich immer wiederholen. Also, ne? Ja. Also, wie, wie, ich will, ich will halt irgendwie darauf hinaus, so auf dieses, warum bist du so abgestumpft? Kann ich erzählen, würde aber vielleicht ein bisschen monolog. Das ist okay. Also in meiner Kindheit wurde ich, haben meine Eltern sich sehr früh getrennt. Weil es okay ist. Hat nicht funktionieren. Und ich bin dabei immer auf der Strecke geblieben. Ich habe keine bedingungslose, und das sage ich jetzt extra, bedingungslose Liebe gekriegt. Es war immer an Bedingungen gekriegt. Alles. Und über die Jahre mit seelischem Schmerz, den du dadurch natürlich empfindest, also auch wenn du nicht angeschrien wirst oder ständig beleidigt wirst, hast du damit einen seelischen Schmerz. Dieser seelische Schmerz macht sich irgendwann bei dir breit, dass du Mauern hochziehst, weil der Mensch will sich ja schützen. Also das ist in der Kindheit, in meiner Kindheit, wurde mir sehr viel beigebracht, wie man Menschen lieben sollte, was aber nicht korrekt ist. Ergo ist für mich, da ich jetzt meine Sachen reflektiert habe, mich weitergebildet habe, ist in mir so viel abgestumpft, um mich selber zu schützen. Und über die Jahre des Datens habe ich auf Kindergartenkram gar keinen Bock. Hast du keinen Bock auf mich? Dann geh. Bist du meinen, also Freunde genau dasselbe, wenn du kein Interesse an mir hast, dann geh. Wenn ich dir fünfmal Fragen stellen muss und dir ständig hinterherrennen muss, dann geh. Dann geh einfach. Ich bin nicht der Bleppo, der die ganze Zeit Menschen mit ihren Bedingungen leben muss. Meine Freundschaften sind alle ohne Bedingungen. Wenn ich dich brauche, bist du für mich da. Brauchst du mich, bin ich für dich da. Ist es an Bedingungen geknüpft, dass ich irgendwas Spezielles machen muss, damit das irgendwas bei dir triggert? Nope. Bei Frauen, also beispielsweise in der Beziehung, muss ich für Sex irgendwie deine Geierbude aufräumen oder irgendwas bauen? Nein. Nee, wir spielen hier keine Spiele so. Und aus diesem Grund bin ich so abgestumpft. Was für Menschen da draußen vielleicht als abgestumpft klingt, für mich ist das gesunder Selbstwert. Ich glaube, das wird heutzutage auch ganz, ganz oft auch verwechselt. Dieses ganze Selbstwert oder einfach Selbstbewusstsein oder Selbstwert etc. wird ganz, ganz oft verwechselt. Das denke ich auch, ja. Das wird sehr oft misinterpretiert, ja. Sieht man ja, also beispielsweise sieht man ja auch an meiner öffentlichen Persona. Ja. Also wenn wir hier reden, lernst du mich ja besser kennen. Ja. Wenn du das hier nicht hörst, kannst du oft denken, der sie ist aber ganz schön als Arschloch. Mhm. Und ich bin wirklich, also zumindest versuche ich das zu sein, bin ich ein herzensguter Mensch. Ja. Wie sehen aktuell deine Instagram-DM's aus? Meine DM's sind sehr interessant. Von bis. Kriegst du auch Dating-Anfragen? Naja, nicht so direkt. So durch die Pusteblume, aber nicht direkt. Was heißt durch die Pusteblume? Im Grunde genommen, glaube ich, diene ich aktuell nur als, ich möchte dir dann mein Leid klagen, aber verpack das so, als wenn ich Interesse hätte. Also schreiben dir viele Frauen, was so bei ihnen aktuell im Leben ist? Ja, meine Erfahrung kommt nicht daher, weil ich mir das ausdenke und irgendwelche TikTok-Videos gucke. Aber warum machen die das? Kann ich dir sagen, weil, das hat meine Mutter mir sehr witzig erklärt, oder meine Mutter hat mir das erklärt. Mils, du machst immer den Eindruck, als wenn du ein absoluter Frauenversteher bist. Und du bist immer sehr empathisch und kannst oft nachempfinden, wie Frauen sich in gewissen Situationen fühlen. Beispielsweise nehmen wir einfach nur das TikTok, was du gemacht hast, wo es um die Periode ging und der Mann einfach sein scheiß Eis holen sollte. Das sammelt natürlich sehr viele positive Punkte als Mann. Oder einfach die Folge, als wir uns über BDSM unterhalten haben. Als da straight raus einfach kommuniziert wurde, weil einige da draußen das nicht wirklich so in der Form haben. Das gibt natürlich den Vibe, dass ich das verstehe. Was auf der anderen Seite aber nicht bedeutet, dass ich der Kummerkasten für deine Probleme bin. Aber du gehst schon, also gehst du dann so explizit trotzdem auf vieles ein? Ja, natürlich, warum nicht? Weil ich unterhalte mich ja nicht umsonst mit Menschen über solche Themen, weil dadurch sammelst du ja Lebenserfahrung. Ja. Und sind dann, also geben die sich dann wirklich so komplett hin und erzählen wirklich alles straight raus? Komplett? Ja. Eigentlich einem fremden Menschen. Ja. Und genau da ist der Punkt, das ist ein fremder Mensch. Der kann damit nichts anfangen. Und aufgrund der Tatsache, dass ich Content-Creator bin und das nicht verwenden kann, weil ich dadurch Menschen bloßstelle und Menschen wissen, dass ich ihre Privatsphäre respektiere. Aber lief es denn da jetzt so, ich sag mal in den letzten, keine Ahnung, letzten sechs Monaten, da lief das dann da bei wie vielen auf irgendwas Date-mäßiges hinaus? Gar nichts. Gar nichts. Gar, absolut gar nichts. Weil wenn es so weit kommt, ziehen sie den Schwanz ein. Nichts. Ist das explizit ein Thema, was die meisten, also ich sag mal so, viele schütten ja ihr Herz da bei dir aus, obwohl sie dich eigentlich nicht kennen, sondern nur vom Podcast und du kennst sie auch nicht. Ist das explizit immer ein Thema oder haben die, ist das meistens das, also haben die meistens die gleichen Probleme? Ja. Was denn? Partnerschaft, kein Sex, ich kann mich nicht trennen aus x-beliebigen Y-Z-Gründen, ich bin mir meiner Sexualität nicht bewusst oder ich möchte auch gerne mal BDSM machen, such dir was aus. Vergangenheit, Kindheitstraumata, such dir was aus. Von bis. Aber was antwortet man dann darauf? Also wirklich so ein Hi, wie geht's, bla bla und dann? Da, also meistens sehen DMs schon so, also die kommen schon in der Länge. Ach, die kommen schon so? Die kommen schon so in der Länge, ja. Ah. Meistens ist es halt, hey, du bist voll sympathisch und schön, dass du darüber so offen reden kannst, danke schön. Ich so, hey, also ich antworte sehr freundlich, danke schön für dein Feedback und stelle dann eine Frage und danach geht's ab. Also ob direkt immer nach so einer Kommunikation, nach so einem Gespräch gesucht wurde und jetzt ist endlich jemand da, der einen ja versteht, weil wir ja auch darüber reden, ganz offen. Genau. Ja. Wie fühlt sich das für dich an? Ist mir egal. Aber du antwortest trotzdem und passt. Ja, ich finde, also wie gesagt, mir juckt das mittlerweile gar nicht, weil ich sehe das immer so, danke für die Lebenserfahrung, damit ich weiß, was ich nicht will. Für mich ist halt wirklich sehr viel Lebenserfahrung, da du hast halt live und direkt aus einem Realbeispiel, Realfallbeispiel, kannst du das Wissen mitnehmen. Wenn es zu irgendeinem Punkt geht, wo es ein bisschen, sag ich mal, wo es mir nicht passt, dann also gehe ich ja auch und sage auch, hey, hier ist Feierabend und ziehe auch eine Grenze. Ja. Wie stelle ich jetzt noch die richtigen Fragen? Die richtigen Fragen? Ja. Ich weiß ja nicht, was du wissen möchtest. Naja, ich hatte ja dieses Ding, alle wenn da sind Arschlöcher und ich will ja so ein bisschen... Achso, ja gut, okay, pass auf. Ich baue dir folgendes Szenario, dir ein folgendes Arschloch-Szenario, ja? Ja. Du unterhältst dich, du unterhältst dich wochenlang oder sagen wir mal viel, du lernst dich kennen und irgendwann stellst du halt fest, naja, das geht hier in irgendwie so eine Richtung, die dir nicht gefällt und du schiebst einfach einen Riegel vor. Und du sagst ganz höflich, hey, tut mir leid, das ist nicht mein Ding hier und ich glaube, wir passen nicht zusammen und fertig ist. Ja. Dann bist du ein Arschloch. Weil bei den Freundinnen wird hundertprozentig ankommen, der hat mich nur ausgenutzt und wollte die ganze Zeit über Sex reden. Obwohl doch du das gar nicht initiiert hast. Aber die Story auf der anderen Seite sieht wieder scheiße aus. Oder wenn du sowas sagst, wie beispielsweise, ich weiß genau, was ich möchte im Bett. Ja. Und ich gehe nicht und ich verkaufe mich nicht drunter. Ja. Bist du auch ein Arschloch. Oder was du möchtest in einer Beziehung und was du nicht möchtest und das klar kommunizierst, bist du ein Arschloch. Weil du gehst ja keine Kompromisse ein. Wenn also Menschen, und es gibt sehr viele Menschen da draußen, wenn Menschen also viele Jahre gedatet haben und nicht das Glück hatten, jemanden zu finden, wären sie zu Arschlöchern, die nach außen hin Arschlöcher sind, sie aber ganz genau wissen, was sie möchten und was sie nicht möchten. Und es gibt nichts darunter. Das gibt es nicht. Und die Anforderungen sind nicht sehr hoch übrigens. Die sind nicht sehr hoch. Aber wenn du dir ganz klar kommunizierst, bist du ein Arschloch. Wenn du zum Beispiel sagst, dann findest du nicht in meinem Leben statt. Ja. Nur in dieser Folge werden das ganz viele Menschen als Arschloch verstehen. Weil auf der anderen Seite denkst du dir, ja, wer bist du denn, dass du sowas sagen kannst. Ja. Aber es ist, also wenn ich an Arschloch, also wenn ich jetzt, ich sag, ich hab jetzt mein Klischee im Kopf, Arschloch. Dann denk ich an einen abgestumpften Typen, der kacke zu mir ist, der nicht auf meine Bedürfnisse eingeht und der nicht einfühlsam ist. Ich stelle das immer sehr gerne mit abgestumpft gleich, weil ein Arschloch zeigt mir einfach nicht, dass er so, dass er Energie oder Zeit oder Bock darauf hat, das in uns zu investieren oder in mich als Person. So würde ich jetzt ein Arschloch einstufen. Ja. Wie würdest du denn Arschloch definieren? Ich definiere Arschloch gar nicht. Ich definiere Arschloch nicht mehr. Ja. Ich sag sowas auch einfach nicht mehr. Ich sag auch nicht, dass Frauen Huren, Schlampen oder sonstiges sind. Menschen sind, wie sie sind. Ja, weil man sich da mit den Hintergründen mehr befasst. Ich würde zu keiner Frau der Welt sowas sagen. Und ich hab auch überhaupt gar keinen Hass auf Frauen. Oder würde mich hinsetzen und sagen, Frauen sind alles scheiße so. Ja. Also selbst die schlimmsten Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meinem Leben, würde ich nie in ein böses Wort verlieren. Und ich, also auch wenn du gekränkt wirst und du wirst verletzt, würde ich sowas nie sagen. Never. Und wie würdest du dann diese Person beschreiben, die ich dir jetzt so beschrieben hab? Von Fuckboy bis, sorry, du hast noch keine Hausaufgaben gemacht in deinem Leben und reflektiert. Ja. Wenn das dein Ding ist, ne? Also wenn du als Mann, ich spreche mal aus dem Männergeschlecht, ja? Wenn du als Mann so agierst. Ja. Und das deine Herangehensweise ist. Hast du entweder A, ein paar Optionen in der Hintern. Oder du hängst noch an deiner Ex und füllst einfach nur die Leere. An irgendeiner. Oder du hast dich noch nie darüber Gedanken gemacht, was du eigentlich haben möchtest. Oder du hast ein unglaublich verschroftes Weltbild aus der Vergangenheit. Also die alte Zeit. Also im Großen und Ganzen bist du einfach, also wie würdest du dich denn beschreiben? Also, Mann, ich hab die ganze Zeit so einen Punkt im Kopf, aber es ist wie so ein Labyrinth, so weißt du? Labyrinth? Ey, wirklich. Mann! So, weil, das Ding ist, ich kenne diese ganzen Hintergründe und es ist für mich so schwer, das umzuschreiben. Alter, das ist, das ist für mich wirklich so schwer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich glaub dir das. Mmm. Ich kann dir da nicht helfen. Ich weiß ja nicht, worauf du, ich weiß nicht, auf welchen Punkt du hinaus willst. Ich will auf diesen Punkt hinaus, weil ich, ich, weil es geht ja darum, dass ich ja gesagt habe, am Anfang. Ja. Man denkt immer oberflächlich, dass du ein abgebrühtes Arschloch bist. Klischee gedacht. Ja. Und ich will darauf hinaus, dass man deine, ja, dass man, oder dass, dass du es bist, aber mit anderen Worten und warum? Mit reflektierteren Worten und nicht abgebrühtes Arschloch. Die reflektierten Worte dazu sind einfach, dass ich in meinem Leben schon sehr viel Leid erfahren habe und nicht zu knapp. Mit Freunden oder Menschen aus meinem Leben, mit Frauen, Familie und viele Dinge sind in meinem Leben schon passiert, die mich oft zweifeln lassen haben an mir selber. Irgendwann, je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich festgestellt, dass es mir egal ist, was andere Leute möchten. Und dass es mir egal ist, wie der Mensch da draußen den Mann, die Frau, das Daten, die Freundschaft sieht, weil das für mich funktionieren muss. Ich habe Bücher gelesen, Bücher gehört, Texte geschrieben, Texte gelesen, Videos gesehen, Psychologen gesehen und habe für mich aber aufgearbeitet, was für mich wichtig ist. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie konntest du da, also Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht alle nenne, Männlein, Weiblein funktionieren, funktionieren sollte, was theoretisch Optimum ist. Ich habe mich mit Ehemenschen unterhalten, also mit verheirateten Menschen, habe mit meinen Großeltern unfassbar lange gesprochen, mein Vater und ganz viele Fallbeispiele, die wirklich exorbitant viel sind, dass mein Wissen für zwischenmenschliche Beziehungen groß ist. Und mein Leben war immer an Bedingungen geknüpft. Alle Freundschaften, die ich in meinem Leben hatte, bis auf drei, vier, fünf waren an Bedingungen geknüpft. Und es ist egal, ob es ein Content Creator ist, der mir nach zweimal Nachfragen nicht antwortet, dann bist du, findest du nicht mehr statt. Ich renne dir nicht hinterher. Also es ist ein Geben und Nehmen und nicht immer nur Nehmen. Und bei mir ist es so, nimmst du nur, findest du nicht statt. Wenn ich dich einmal was frage und du nicht antwortest, okay. Wenn du beim zweiten Mal nicht antwortest, okay. Dann zeigst du mir, dass du kein Interesse hast und dann ist das okay. Und wenn du kein Interesse hast, ist das nicht schlimm. Das ist vollkommen legitim und fein. Man muss nicht immer mit jedem cool sein. Und für mich ist es so, ich habe lieber drei Freunde, die sich für mich interessieren, als 500, wo sich keiner interessiert. Und das mag vielleicht nach draußen hin mit den Worten, die ich manchmal wiedergebe, nach Arschloch klingen. Genauso wie der Satz, ich kenne halt meinen Wert. Und mein Wert ist es, wenn du mich nachts irgendwann anrufen solltest und du hast ein Problem, bin ich der Erste, der im Auto sitzt, total verpennt und da tausend Kilometer runter schrubbe, dass es dir gut geht. Wenn du das Commitment nicht für mich hast, dann findest du nicht in meinem Leben statt. Und ich siebe das wirklich ganz extrem aus, weil ich für mich gelernt habe, dass ich nicht drei Millionen Menschen in meinem Leben brauche, sondern zwei oder drei oder vier. Und genauso kommuniziere ich das aber auch, dass wenn jemand das Bedürfnis haben sollte, dahinter zu gucken, dass der aber auch gleich weiß, was Phase ist. Das kannst du jetzt als sehr schlimm empfinden. Menschen titulieren das auch sehr oft als arrogant. Das liegt aber an meiner Wortwahl und das weiß ich. Also ich müsste Dinge manchmal etwas anders formulieren, damit sie nicht so klingen und vielleicht ab und an ein paar mehr Fallbeispiele bringen. Du findest aber einfach nicht statt. Und das ist mein gutes Recht, zu sagen, dass du nicht stattfindest. Und von sich selber überzeugt zu sein und ich prahle nicht, oder was heißt, ich prahle nicht mit Qualitäten, die ich nicht habe, sondern mit den Sachen, wo ich mir sicher bin, dass das safe ist. Und das ist meine Freundschaft, Geborgenheit, Reflektieren. Das sind so Dinge, wo ich, das sind meine Fähigkeiten, wo ich weiß, dass sie da sind. Selbst das klingt schon wieder arrogant gerade. Das klingt arrogant. Es sind aber Dinge, ja, oberflächlich. Das sind aber Dinge, die gehören nun mal zu dir. So, wie willst du jemandem was erzählen? Jetzt könntest du so natürlich sagen, ich nehme mir immer vor, zuvorkommend zu sein und freundlich. Das ist wieder, siehst du, das ist wieder der Unterschied zwischen zwei gebauten Sätzen, die man missverstehen kann. Und nicht jeder hat ein Sprachstudium absolviert. Das sind aber bei mir zum Beispiel Dinge, wenn du was sagen würdest und ich würde das so verstehen, Jen, sag mal, what the fuck, das ist ja jetzt aber richtig arrogant, würde ich sagen, hey Jen, sag mal, meintest du das vielleicht so, so und so, aber diese Mühe macht sich keiner mehr. Also bist du halt einfach ein Arschloch oder bist arrogant? Oder man selbst, der das gerade von dir hört, ist einfach selbstreflektierend und hat schon ein paar Dinge durch und hat seine Hausaufgaben gemacht und kann das dann nachvollziehen und sagt, das ist kein Arschloch, sondern weiß einfach sein Wert zu schätzen. Genau. Zum Beispiel. Da gibt es ja viele Szenarien. Ja. In die Richtung. Check. Und bei mir ist es einfach scheißviele Lebenserfahrung mit scheißvielen Menschen, warum ich genau so bin, wie ich bin. Ich finde es immer sehr interessant, weil ich finde, hinter jeder Person, die sich viel mit sich selbst auseinandergesetzt hat und die sehr abgebrüht oder so wirkt, dass sie weiß, was sie will, steckt halt auch so viel Erfahrung und so viel Leid in den Menschen. Also immer, wenn man eine selbstbewusste Person sieht, weiß man eigentlich, die hat viel Scheiße durch. So sehe ich das mittlerweile. Immer wenn ich so einen richtig krassen Menschen kennenlerne, weiß, was er super reflektiert und so, weiß ich, der muss irgendeine richtige Kacke durchgemacht haben. Ja. Also bei mir ist es halt schon sehr viel Herzschmerz. Ja. Sehr viel. Und das geht aber so weit, dass mich das wirklich, und das meine ich so, dass mich das nicht mehr juckt. Ja. Okay. Und das ist bei Freunden so, bei Beziehungen. Ich bin nicht mal mehr ein Familienmensch, weil ich mich von dem Gedanken Familie verabschiedet habe. Achso, meinst du, inwiefern ein Familienmensch jetzt bei dir? Ja, ich muss nicht nach Hause fahren zu meiner Familie. Achso. Ich habe ja, also ich habe bestimmt Jahre gehabt, wo ich bestimmt zwei, drei Jahre mit keinem gesprochen habe aus der Familie. Ja. Außer mit Oma und Opa, weil die immer für mich da waren. Ja. Und das ist bei mir, ist das halt einfach, und genau deswegen wird das wahrscheinlich oft so ausgelegt, einfach das absolute Extrem nach außen. Ja. Nach innen nicht, aber nach außen. Ist es. Weil du so einen Scheiß, und Entschuldigung, dass ich das so sage, du lässt so einen Scheiß nicht mehr in deinem Leben. Ja. Ja. Gut. So war das Thema auf Instagram, das du da hattest, ist das auch irgendwie so in die Richtung, oder? Da hatte mir der gute Moment, danke übrigens an alle Leute, die mir geschrieben haben gestern. Und zwar war das der Harzenjoe. Und zwar Harzenjoe hat mir gestern geschrieben, hey Dizzy, da mein Themenvorschlag ein wenig zu lang ist, möchte ich dir den Vorschlag gerne hier schreiben. Seid ihr beide eigentlich mit eurer Wohnungseinrichtung zufrieden? Gebt ihr da mehr Geld aus für gute Qualität, oder achtet ihr da eher auf den Preis? Und danke, dass ihr so einen tollen Podcast macht. Ich konnte viele Lebensweisheiten mitnehmen und auch bei mir umsetzen. Schönes Restwochenende. Grüße, Harzenjoe. Süß. Fand ich voll schön. Schön. Boah, die Inneneinrichtung. Das ist ein ganz anderes Thema. Kann ich auch mal lieben Punkt zu machen, der zu dem anderen Ding anknüpft. Echt, ja? Ja. Kann ich machen, ja. Also in meinem Alter kann ich dir sagen, materielle Dinge sind einfach rotzisch scheißegal. Geld ist egal, materielle Dinge sind egal. Die Scheiße kannst du nie wieder ersetzen. Gute Freunde, tolle Menschen wirst du nie wieder ersetzen können. Und Zeit ist das Kostbarste, was es gibt. Ich zum Beispiel, und ich möchte mal sagen, ich verdiene jetzt nicht wenig Geld, ohne das in irgendeiner Form wieder arrogant zu meinen. Ich liege auf einer fucking 30-Euro-Couch. Ja, das tust du wirklich. Ich habe eine 30-Euro-Couch. Ey, mein Wohnzimmer hat mehr Stellfläche, als andere Leute Zimmer haben. Weil mir das egal ist. Mein Gästezimmer hat ein Bett, da sind weiße Wände drin. Da ist nichts, weil mir das egal ist. Also wenn ich meine ganze Möblierung in der Wohnung nehme, ist das nicht mal ansatzweise so teuer wie mein Büro. Ja, dein Büro ist einfach das Schönste. Obwohl, stimmt nicht mein Bett. Mein Bett ist teuer. Echt? Ja, mein Bett ist wirklich schweineteuer. Aha, warum? Na, weil meine Gesundheit wichtig ist. Genau. Aber es geht ja eher um die Matratze, also um das Bett. Das ist ein Boxspringbett, da ist keine Matratze. Ein Topper. Ja. Aber für mich ist das zum Beispiel völlig irrelevant, wie teuer Dinge sind. Same. Also das sind aber auch, das sind so Dinge, die musst du für dich selber entscheiden. Ob dir das wichtig ist, dass deine Bude so aussieht wie Jens zum Beispiel. Ey, ich finde Jen-Wohnungen, finde ich voll schön. Die ist super harmonisch, die hat so einen richtig geilen Vibe, wenn du da reinkommst und denkst so, wow. Wow. Ja, das mache ich zum Beispiel für meine mentale Gesundheit. Für mich ist das so, ich will in den Flur, ich will nach Hause kommen, in meinen mintgrün gestrichenen Flur mit dieser wunderschönen gold-mintgrünen Tapete und diesen weißen Möbel, die mich anstrahlen und mir diese Positivity geben. Mir ist das egal, wie teuer die Möbel sind. Also der Schrank kostet, keine Ahnung, 40 Euro oder so. Muss mir keinen für 500 holen. Der sieht einfach schön aus. Ah, liebe ich. Ich liebe gestrichene Wände. Ah, hier ist alles so schön pink. Ah. Mir ist das scheißegal. Also sieht man auch, wenn man hierher kommt. Ja, das ist aber auch mein Job so, das ist ein anderer Jam. Ja, das stimmt. Das ist mein Job hier, kann es nicht aussehen wie Kraut und Rüben. Ja, aber dein Wohnzimmer würde ich gerne mal neu machen. Würdest du gerne mal neu machen? Würde ich echt gerne machen. Wofür? Naja, weil du liegst ja immer abends da. Ja. Manchmal in Insta-Story, lieg jetzt auf der Couch, guck hier fern. Das ist doch so, du liegst da auf dieser Couch, du hast keine gestrichenen Wände, du hast keine Deko und guckst auf diesen Fernseher. Und wenn du dich dann umguckst, ist da nix. Naja, und? Das ist doch bedruckend für den Kopf. Ne, warum? Ja, ja, aber stell dir das doch mal vor. Du hast so schöne, so cremefarbene Wände mit so schwarzen Akzenten an der Wand dran und schöne Pflanzen und irgendwelche schönen Kerzen und so. Das ist doch schön. Ja, für mich irrelevant. Ich gebe dafür kein Geld aus, so. Weißt du auch warum nicht? Na, warum denn nicht? Das ist vorbehalten für irgendeinen Menschen, der hier mal in meinem Leben stattfinden würde, der sich austoben kann, dass er sich hier wohlfühlt. Weil das reicht mir völlig aus. Ach, also hat er irgendwann dann, wer da auch immer kommen wird, das Privileg, deine Wohnung hinrichten zu dürfen? Ne, also muss er nicht, kann ich auch machen. Aber du darfst dich hier gerne austoben, wenn du das willst. Damit du dich hier wohlfühlst, weil ich fühle mich hier wohl. Ja. Meine ganzen, also bei mir ist es wirklich so, je älter ich werde, desto irrelevanter werden Dinge. Ey, ein Fernseher, früher hätte ich gesagt, boah, Alter, ich brauch unbedingt einen 80-Zoll-Fernseher so. Brauch ich unbedingt. Je älter ich werde, desto irrelevanter wird der ganze Scheiß für mich. Ob eine Wand weiß ist oder ob die pink ist, ist mir egal. Gibt mir das irgendeinen Vibe, wenn ich eine weiße Wand angucke? Der ist so Zahnarzt-Vibe. Fühle ich mich dadurch bedrückt? Nein. Fühle ich mich auf einer 30-Euro-Couch wohl? Reicht für mich. Na gut, da sind wir weit unterschiedlich. Ja. Für mich spielen andere Dinge halt eine größere Rolle so. Und ich meine jetzt nicht mal nur mal im Büro, sondern für mich ist es viel, viel relevanter, gesunde, menschliche, vernünftige Beziehungen zu pflegen, als meine Zeit und meine Energie in eine Wand zu stecken. Oder ob ich Kerzen stehen habe oder was auch immer. Oder ob du auf dem Klo sitzt und Flamingo-Tapete um dich herum hast. Ja, wenn ich auf Klo gehe, habe ich zwei Katzen, die mir beim Scheißen zugucken. Das ist genauso witzig. Also ich verstehe die Herangehensweise und ich finde den Vibe so in eurer Wohnung, finde ich wirklich sehr schön. Wenn ich da zu Besuch bin, ist das wirklich toll und auch so wow, ist atemberaubend. Ich muss das aber zu Hause nicht machen. Und ich habe so viele Menschen, die zu Besuch kommen, sei es meine Vermieterin oder Freunde, die immer sagen, Maga, willst du nicht mal irgendwie so... Warum? Das ist Geld, was ich sparen kann und in andere coole Dinge stecken kann. Und da ist Geld auch nicht. Ich werde nie in meinem Leben eine Rolex tragen. Ich habe meine Schuhe, also gutes Beispiel. Ich trage Sketches, die sind 30 Euro. Ich trage Hosen, die kosten 5 Euro im Zehnerpack. Ja, verstehe ich. Ja, das ganze Jahr über kurze Hose, meine Socken, Alter, die haben solche Löcher drin. Ey. Ich habe kein fettes Auto. Also ich habe ein schönes Büro so. Okay, cool. Ja. Ja, die LEDs machen es. Mehr brauche ich nicht so. Ich bin halt aber auch so aufgewachsen, ohne was zu haben. Also was heißt, ohne was zu haben? Mein Papa hat mir natürlich schon viele Wünsche erfüllt, so. Aber ich dachte, wir haben früher fucking Steine rund gelutscht. Das klingt super dämlich, aber Opa hatte auf dem Hof einen Haufen Sand, so. Und damit haben wir acht Stunden gespielt, mit einem Haufen Sand, so. Hast du schon mal Sims gespielt? Ja, habe ich. Wie sehen Sie da rein? Das hört mich gar nicht an, so. Oh, ich hätte dich gern bei dem nächsten Sim-Projekt dabei und mich sehen, wie du dein Haus einrichtest. Da ist nichts drin, da ist ein Bett drin. Ich finde es super pragmatisch, so. Und das Ding ist ja, je älter ich werde, desto pragmatischer werde ich. Das ist super interessant. Aber das ist mir okay, gut. Ich verstehe das nicht, aber gut. Ich akzeptiere es. Meine Küche ist, ach, die hast du ja selber gesehen, eine Baustelle. Also es ist, sie sieht jetzt auch nicht, sie sieht nicht super modern aus und da ist nicht irgendwie super fancy Shit drin. Ey, irgendwann, das sag ich mir so, den Moment hebe ich mir auf, wenn ich jemanden gefunden habe, der sein Leben mit mir teilen will und dann kannst du da mal richtig Ascheren feuern, so. Dann kannst du mal sagen so, ey, pass auf, Babygirl, wir bauen uns jetzt unser Leben zusammen, so wie du das gerne hättest, so wie ich das gerne hätte, aber vorher brauche ich das nicht. Ja. Das hebe ich mir für einen besonderen Menschen auf. Ok. Akzeptiere ich. Hm. 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 Das war jetzt nicht die Antwort, die du gerne gehabt hättest, oder wie? Ne. Nicht? Ne. Was hättest du denn gerne gehabt? Naja, so, ja, ach, ja, also, ich hab irgendwie nicht so die Energie oder die Lust dazu, das zu machen, aber ich hätt schon gern schönere Deko in meiner Wohnung. Ach so, damit du das machen kannst. Ach so, ich verstehe. Ich verstehe, Jen. Okay. Es lief das einfach, so irgendwas einzurichten. Es gibt nichts Besseres. Ey, ohne Witz, ne? Ich hab ja, meine Vermieterin, äh, meine Vermieterin ist ein gutes Beispiel. Die hat sich meine Blume angeguckt und hat gesagt, hey, Neil, sorry, aber das geht so nicht. Und da hab ich, als sie gesagt, wollen wir das vielleicht mal zusammen machen? Hm. Hm. Und dadurch, dass ich ja viel arbeite, passt das oft nicht mit unserem Rhythmus zusammen. Und dann stand die wirklich einen Samstag vor der Tür und hat gesagt, Bengel, es tut mir wirklich leid. Gib mir einen Schlüssel jetzt. Ich fahr jetzt Pflanzen holen. Und dann hat die meine ganzen Pflanzen gemacht. Ist das dahinter auch eine davon, oder? Ja, die hat alle Pflanzen umgetopft und in den Dings reingemacht und so. Ich bin ihr super dankbar dafür, ne? Und finde das super toll. Und viele Menschen da draußen würden jetzt wahrscheinlich sagen, hä, was bist du für ein Muttersöhnchen? Ja. Ich brauch das nicht. Ich brauch es einfach nicht. Naja, aber es sieht doch schön aus. Ja, natürlich sieht das schön aus. Es macht auch was mit dem Kopf. Ey, meine Wohnung ist aufgeräumt. Die ist sauber. Und für Single-Mann-Verhältnisse wirklich sehr... Ja, da ist ja auch nichts zum unordentlich machen. Ist trotzdem kein Dreck. Ich hab zwei Katzen oder was. Und da siehst du von gar nichts hier. Ja, toll, aber mehr ist ja auch nicht. Trotzdem ist es sauber. Das schaffen andere Leute nicht mal. Überlegst du mal, wie groß die Wohnung ist und dafür, dass hier nichts rumfliegt und alles ordentlich ist. Sag mal, spinnst du, oder was? Nein, okay. Jetzt weißt du, warum ich so Probleme hab, dass hier manchmal nicht alles ordentlich ist. Weil ich hab viel Zeug. Ja, das ist ja, also ist ja auch schön. Und das ist ja auch ganz toll, dass du das hast und dich da wohlfühlst. Ja. Das ist für mich aber nicht mehr das, was wichtig ist. Ja, ist in Ordnung. Ja, okay. Für mich ist es viel schöner und wichtiger, dass du und ich ein vernünftiges und schönes, gutes Verhältnis miteinander pflegen. Das gibt mir viel mehr als eine Flamingo-Tapete beim Scheißen gehen. Naja, du kannst ja auch mit Freunden deine Wohnung dekorieren. Das gibt nochmal Plus auf eure zwischenmenschliche Beziehung. Eher, wenn ich meinen Freunden erzähle, wollen wir mal eine Bude dekorieren, die zeigen dir einen Vogel. Du weißt schon, dass Männer relativ pragmatisch sind, ne? Ja. Sehr pragmatisch. Und ganz, ganz wenige aus diesem Muster rausgehen. Auch deine Bude sieht nur so aus, weil du das möchtest. Gehe ich ganz stark von raus. Du kannst den Boomer ja mal fragen. Naja, der Boomer hat auch oft so, ja, wir könnten ja das noch machen und das, aber es da, also die Vorschläge, die er hatte, waren absolut schrecklich, ja. Siehste? Also warum soll ich mir die Mühe machen, dass es hier nachher irgendwann schrecklich aussieht, wenn ich doch einfach das nicht schrecklich machen kann? Ja. Okay. Das ist übrigens, nicht jeder Mann ist so, ne? Ein Großteil. Ja. Nicht jeder. So. Es gibt einige, die machen das gern. Shelly, mal vor, Gem, mal dir mal folgendes aus. Du lernst einen Typ kennen, das ist ein richtig geiler Mager, verlorft sich total, alles ist schickilackig und irgendwann kommst du in die Bude und er sagt, boah, kannst du mir vielleicht dabei mal helfen? Oh, ein Traum. Ich hab damit echt Probleme. Oh, direkt heiraten. Tadaa! Siehste? Und bei mir ist das so, selbst wenn meine Mutter kommt, weil, also ganz viele Menschen haben damit ja Probleme, wenn Mütter in ihrem Leben rumwühlen. Ja. Ich sag Mutter, mach was du willst. Ey, die räumt meine ganze Küche auf, mach was du willst. Ja. Ey, hauptsächlich mach das glücklich. Vielleicht kommt dann irgendwann eine Frau bei dir, die sagt, boah, geil, würde ich auch nix machen. Und dann seid ihr da beide in diesem weißen Zyklus. Das ist sehr unwahrscheinlich. Naja. Das ist sehr unwahrscheinlich. Das weißt du selber, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Ich überleg grad alle, 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 äh, Frauen, die ich kenne. Das ist sehr unwahrscheinlich, glaub ich. Ja, eigentlich haben alle, alle schöne, schön dekoriert. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich liebe, ich liebe viel dekorierte, wo ich, ich hab's auch geliebt, wir haben hier in der, in dem Haus haben wir letztens so ne, so ne Kennenlern-Party gemacht und, äh, ich lieb das einfach in fremde Wohnungen zu kommen und zu gucken, wie haben die alles eingerichtet. Oh, oh, und frag das, wie hast du denn das gemacht? Wow, 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 geil. Oh. Traum. Innenarchitektin, mein inneres Ich. Ich denke immer nur, wo ist das Bett, wann geht's los? Spaß bei der Seite. Arschloch, Dissi, Arschloch, einfach Arschloch. Oh mein Gott. So bin ich gar nicht. Bin übrigens super respektvoll, auch wenn man das immer gar nicht denkt. Also zum Beispiel beim ersten Date, äh, um das wirklich jetzt mal in die richtige Perspektive zu setzen, beim ersten Date habe ich einen Mindestabstand von ein bis zwei Metern zu der Frau, um mir nicht in ihren Safe Space einzudringen. Das stelle ich mir so vor, so, wenn ich da so einen habe. Naja, also wenn du, guck mal, jetzt immer, scheiße jetzt, jetzt haben wir wieder die nächste Büchse aufgenommen. Ich denke, Frauen werden schon sehr viele, äh, Menschen haben, die in der, äh, in der Warteschlange stehen. Ja. Also, ne, ein paar. Ja, ja. Und da wird's dann, äh, während wahrscheinlich, äh, der Umgang so sein wie, ey, zeig mal Titeln, send mal Nudes, Junge, gib mal Snapchat. Ja. Wenn du das nicht machst, hast du, glaube ich, schon Pluspunkte gesammelt. Auf jeden Fall. Weil du sie, weil du sie nämlich nicht auf das reduzierst, sondern sie als Mensch kennenlernen möchtest. Safe Space ist, äh, mega. Ist übrigens die beste Pickup-Line. Wenn wir uns sehen, ist dein Safe Space ein Meter von mir entfernt. Und das ist kein Tisch beim Essen gehen. Okay, mal gucken, wie viele jetzt, wie viele Mädels jetzt diese Line bekommen. Sehr gut. Weiß ich nicht. Also ich krieg sowas nicht. Geht ja auch gar nicht. Boah, es gibt so viele Pickup-Lines, ey. Ich glaube, mittlerweile ist es, äh, als Mann einfacher, sich, äh, äh, sich zu, ähm, wie sagt man, sich zu picken, picken zu lassen, als andersrum. Ja. Du musst ja auch, du musst halt eine Message schicken, dass, dass halt der Gegenüber antwortet. Ich hatte letztens, das war, wär ich, wär ich Single gewesen, wär es ganz lustig gewesen. Ich hab letztens auf Instagram, äh, eine Line gehabt. Also es war eigentlich keine Line. Es war so, hey, äh, die NASA, nee, nicht die, da ist eine Seite, die macht gerade, da ist eine Seite, die macht ein Gewinnspiel mit deinen, mit deinen Bildern oder so irgendwie so. Und ich so, dann hab ich halt geantwortet, ey, gib mal Link, gib mal Profil. Ja, die NASA, weil, äh, du bist nicht von dieser Welt oder du, bitte, ach, irgendwie so. Es ist schon, der ist schon verbrauchter als alles. Das kannte ich nicht. Ich hab halt darauf geantwortet. Ja, also, man, man, man kennt ihn. Ja. Es ist, es ist übrigens unglaublich schwierig. Äh, also, du, normale Fragen reichen mittlerweile, glaub ich, gar nicht mehr aus. Also, du kannst noch, du kannst so eine, so eine super interessante Frage, äh, streamen solltest demnächst. Guck dir mal, ähm, äh, von MK, heißt er? E-M-K-A-Y. Ja. R-slash-Tinder. Das sind die besten Pick-up-Lines von Tinder. Okay. Du denkst eigentlich, du guckst nur Comedy-Programm. Das ist schrecklich. Ist wirklich so. Du guckst nur Comedy-Programm, um den, 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 äh, eine Telefonnummer oder ein Date zu kriegen. Und vor allen Dingen, wenn du, wenn du heute, also, an dem Punkt bist als Mann, wo du selbstbewusst bist und sagst, okay, ich schreib einfach die Frauen an oder ich sprech die Frauen einfach an und du fragst nur schlicht, möchtest du mit mir mal auf ein Date gehen? Ich würd dich gerne kennenlernen. Damit hast du früher, also ich sag mal so in den 2000ern, warst du der Babbo damit. Ja. Wenn du das heute machst, äh, was ist denn das für ein langweiliger Typ? Ja. Super sad. Und das, das bedarf wirklich, also an die Frauenwelt da draußen, wenn ein Mann euch anschreibt, also nicht plump, sondern wirklich mit Respekt, dann hat das sehr viel, äh, sehr viel Überwindung gekostet, das zu tun. Und das ist real. Und da sind mehrere, da sind mehrere Tage Denkprozess drin, soll ich das tun, soll ich das nicht tun, soll ich das tun, soll ich das nicht tun? Ja. Ja. Es ist super schade, weil ich zum Beispiel, ich stehe gar nicht drauf, mir irgendeinen Scheiß aus dem Arsch zu leiern, damit ich möchte gern witzig bin. Also wenn, wenn ich Interesse an jemanden habe, dann stelle ich eine vernünftige Frage mit, sag ich mal, ich habe zum Beispiel letztens, das kann ich ja erzählen, das ist ja nicht schlimm, ich habe letztens zum Beispiel einer Frau geschrieben, die hat sehr viele schöne Fotos gemacht von sich selber und die waren sehr ansehnlich und dann habe ich ihr einfach die Frage gestellt, hey, wenn du mit einer Brand zusammenarbeiten könntest und du könntest dir eine Location aussuchen für Fotos machen, was, was wäre das? Das reicht schon gar nicht mehr, sowas zu schreiben und ich finde das, ich persönlich finde das voll schön. Ich auch. Ja. Das reicht nicht mehr. Kann man schön drauf antworten. Ja. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja. Aber das ist halt, wenn man die Auswahl hat, ne? Wie ist das denn für dich? Hast du viel Auswahl gehabt? Ja, klar. Ich hatte, ich hatte alle Türen der Welt offen. Ich konnte mit dem Finger schnippen und ich hatte da. Ich habe immer jemanden gehabt und das ist genau das Ding als Frau. Du hast so viel Auswahl, du registrierst dich bei Tinder und sobald du nach rechts wibst, du hast direkt ein Match, weil alle sind da. Als Mann ist es, du hast es super schwer, aufgrund dessen, dass die Frau super viel Auswahl hat. Sie hat ein Regal vor sich mit, die kann da rein, da rein, da rein. Auch da, das ist zwar, Männer sagen das ist doch geil, du hast so viel Auswahl. Aber auch als Frau ist es so überfordernd, weil du halt so viel Auswahl hast und weil du dich dann schwer auf eine Sache einlässt, weil du doch weißt, du hast so viel Auswahlmöglichkeiten. Das ist auch scheiße. Das ist nichts Besonderes mehr, leider. Und jetzt stellt ihr euch das mal vor, jetzt multipliziert das mal in ein Vielfaches als Content-Create-Ohren. Ja. Mein Postfach, du. Obwohl ich vergeben bin. Ja, vergeben sein ist kein Grund. Das ist ein Hindernis. Das ist ein Hindernis, aber kein Grund. Ja, ja, genau. Ja. Ich meine, manchmal trifft das schon zu, so ist das nicht. Ja, mein Gott. Also ich habe mir, ich habe mir letztens, habe ich mir mal die Frage gestellt, nachdem ich selbst experimentieren, Tinder, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben im Podcast, aber ich habe selbst experimentieren, Tinder gemacht. Ich habe mir einmal Tinder Gold geholt oder Premium oder so. Genau. Nachdem ich das gemacht habe, jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen wollte. Tinder Gold, Experiment Tinder, Swipen, Matches. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach so, selbst als Content-Creator, also als Person des öffentlichen Lebens, wurde ich ja sowieso schon mehr als genug Menschen sehen. Also für mich jetzt. Alter, ich will nicht wissen, wie für einen normalen Mann da draußen die Dating-Welt aussieht. Das muss absoluter Abfuck sein. Also ich weiß es nicht, ich kann es auch nicht annehmen, aber ich vermute, das muss absoluter Abfuck sein. Also ich kann mir schon gut vorstellen, warum Onlyfans und Pornoseiten so gut funktionieren. Ja. Also das muss wirklich, wirklich absoluter Abfuck sein. Weil auf der Straße ist schwierig, jemanden anzusprechen. Ja. Kannst du kaum noch machen, weil du musst ja die Privatsphäre der Frau respektieren. Also es ist ja Zahn der Zeit, wo das auftritt. Wenn du jetzt aber trotzdem dorthin gehst und versuchst, den respektvollen Umgang zu suchen, bist du langweilig. Ja. Also es ist nicht juicy genug mehr. Ja. Wenn du online, hast du halt das Problem, wenn du mal eine hübsche Frau hast, die du persönlich hübsch findest, hübsch ist ja immer im Auge des Betrachters, sind schon mindestens 30, 40 andere Boys da reingeslided und da steht nur Scheiße drin in den DMs meistens. Das heißt, ergo, du hast als mit deiner normalen Frage kommst du gar nicht mehr durch, bis es nicht gelesen wird oder du erscheinst wieder langweilig. Ergo, was bleibt dir denn am Ende noch übrig so? In der Disco völlig stramm gesoffen? Zum Beispiel, ich bräuchte in einem Club oder in einer Bar niemals jemanden daten, weil ich trinke nicht, ich tanze nicht und ich gehe auch nicht in Clubs. Schwer. Also warum soll ich dann eine Frau theoretisch haben, die das macht? Weil, mismatch. Schrecklich. Absolut schrecklich. Also das würde mich mal draußen interessieren, weil man lernt ja immer nur aus Lebenserfahrungen, nicht von TikTok-Videos. Wie sieht das bei euch da draußen auch? Also sowohl Männlein als Weiblein. So eure Dating-Experience in 2022. Und ich denke, dass Dating heutzutage noch eine größere Rolle spielt nach zwei Jahren Quarantäne. Ich glaube, jetzt gerade sind wir auf dem Peak-Punkt des abgefuckten Abfuck-Seiten. Eigentlich, oh, das ist aber eigentlich eine coole Video-Idee. Ich einen Tag auf Tinder. Ich würde das echt feiern, falls wir uns irgendwann mal im realen Leben sehen. Falls wir das mal machen. Ich würde das Video gerne mal gemeinsam mit dir aufnehmen. Du einen Tag, ich einen Tag. Und zwar in Berlin City. Ja. Weil Berlin City hat ja ganz viele, also da sind ja viele, viele Menschen. Ja. Einfach nur, um das mal zu testen. Gemeinsam. Lass das mal machen. Selbstexperiment. Ja, das wäre cool. Also ich treffe mich nicht mit denen, aber ja. Ja, das ist super. Lass das mal bitte, bitte, bitte machen. Gut, machen wir. Machen wir wirklich. Wenn ihr uns das nächste Mal seht, ja. Ja. Richtig Bock drauf. Ja, dann. Oh. Ich habe mir übrigens Kapitelmagen aufgeschrieben. Oh, sehr gut. Oh. Ja. Ich finde es immer witzig. Ich glaube, es ist ein Bein, der macht sich immer darüber lustig, dass ich sage, dass ich Kapitelmagen aufschreibe. Ja. Aber die bei YouTube nicht drin sind. Und er aber gar nicht weiß, dass wir die nur bei Podigy reinmachen, die Kapitelmagen. Und ich lese das jedes Mal und denke mir so, du Lümmel. Ja. Aber heute, heute möchte ich seinen Kommentar ansprechen, weil du dir jedes Mal die Mühe machst und ich feiere das. Ich werde mit dem Cutter sprechen, ob wir das bei YouTube heute einbauen können. Du hast mich überzeugt, dass ich dir das jetzt... Ich möchte dir das geben. Ehre. Weil ich persönlich liebe alle meine Zuschauer und wenn sie sich die Mühe machen, einen Kommentar zu schreiben und der mich erheitert, dann let's go. Sehr gut. Mach mal bestimmt. Hast du noch ein Thema gehabt bei dir? Nee, nicht jetzt so, wo ich sage, joa. Ich werde jetzt auch den Stream anhauen. Geil. Ja. Ich gehe jetzt noch in der Garage trainieren mit Vladi. Oh, der ist da. Wer? Vladi? Ja. Ja, cool. Ich muss doch einmal beide machen. Und ich bin gestern 40 Stunden Rennen gefahren. Ich freue mich schon gar nicht drauf. Ja. Jit? Alrighty. Ja, dann? Jennifer. Nils. Die Fragen waren heute ein bisschen weird. Ja. Ich glaube, du bist damit auch nicht ganz so zufrieden. Nee, aber es ist okay, daran wächst man. Das ist korrekt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Falls dir ja irgendwann mal was einfällt, wir nehmen ja jede Woche eine Folge auf. Ja. Kannst du ja nochmal fragen. Mach ich. Der Witz ist ja, du weißt ja sowieso, du kennst ja schon die Antworten. Aber du musst ja um gewisse Themen rumschiffen. Ja, das ist ja nicht schwer. Okay. Ich glaube, wenn ich das alles nicht wüsste, wäre es für mich einfacher. Da würde ich einfach rein stochern. Rein stochern? Würde ich wirklich. Okay. Ja. So. Immer weiter und weiter und was da und was da und hey, ich will das wissen. So war es halt schwer, wenn man es weiß. Ja gut, aber du musst ja mittlerweile nicht mehr fragen, weil du das ja mit Kusshand aufnimmst. Ja. Ja. Aber das ist okay. Das ist nicht schlimm. Gut. Ich möchte mich übrigens bei dir bedanken für die herzerwärmenden Worte am Anfang. Dass du dein Bild von mir über 20 Folgen geändert hast. Das finde ich sehr schön. Dass du dir die Mühe gemacht hast, wirklich. Und also, dass du dir die Mühe gemacht hast, dahinter zu gucken und dass wir dadurch eine sehr schöne Freundschaft miteinander pflegen können. Ja. Die wirklich schöne. Ja. Wobei sie momentan etwas einseitig ist, glaube ich, was Reden-Zuhören-Part angeht. Das ist aber nicht schlimm. Bei mir ist das wirklich so, mir ist das vollkommen egal. Weil ich bin immer, ich war in meinem ganzen Leben schon immer so, ja, zuhören, ja, ja. Geil, gib mir, gib mir mehr. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch sehr schön, dass du dich mittlerweile in der Masse der Folgen dazu durchgerungen hast, auch mehr zu sprechen. Das finde ich auch toll. Ich höre dir auch gerne zu. Das freut mich. Und oh girl, gehen wir jetzt bald Fotos machen, verdammte Scheiße? Ja, oh boy. Gut. Weil ich kann mir diese komischen Fotos, die ihr da immer macht, nicht angucken. Diese Urlaubsfotos so hingeklackert. Lass mal richtige machen. So richtige Bangers. Ja, ich gebe Toro gerne die Kamera an der Hand und sage, komm, mach mal. Wie fandst du eigentlich mein Bild letztens, was ich nachgemacht habe? Du hattest, in der Story, ich fand das sehr schön. Ich saß in der Garage, hab mir deine Storys angeholt und ich gesagt, ja, warte mal, das kann ich auch. Ich wusste so lachen. Ich wusste gar nicht. Also ich hatte erst das Gefühl, oh Scheiße, das könnt ihr jetzt so verstehen, als wenn ich sie verarschen will, aber nö. Es war witzig. Nö, mich nicht. Gut. Alrighty. Ich wünsche euch da draußen übrigens eine wunderschöne Woche, wann auch immer. Der ist höher Tag, lasst es euch gut gehen, lasst euch nicht ärgern. Es wäre super lieb, wenn ihr eure Erfahrungen irgendwie teilen könntet, unten drunter, das wäre spitzomortisch. Eine Bewertung wäre ganz fancy und schmancy. Und dann sage ich euch, ich habe euch lieb. Dieser Podcast hat mir sehr viel gegeben und eure Kommentare, als auch Lebensweisheiten auch. Und an dieser Stelle, ganz speziell, nochmal Grüße an meine Däns. Okay, scheiße. Können wir das rauspiepen? Nein. Ja, schöne Woche euch, ne? Tschüss. Tschüss.